OneMind ist eine professionelle Softwarelösung, die den Aufbau eines Data Warehouse erheblich beschleunigt. Die PM1 AG befasst sich in Projekten seit Jahren mit dem Aufbau von Data Warehouses und Data Marts. Immer ist dabei die Konzeptionsphase von entscheidender Bedeutung. Mit OneMind ist es gelungen, diese Konzeptionsphase in eine Modellierungskomponente zu integrieren. Im Unternehmen gibt es bei Business Intelligence Projekten mehrere Fraktionen. Der Chef will das Risiko minimieren, der Empfänger von Berichten will es einfach, schnell und flexibel. Controller möchten den Zugriff auf Details und die IT-Abteilung drängt auf weniger Aufwand bei der notwendigen inhaltlichen Konzeption. OneMind bringt diese Vorstellungen zusammen und verkürzt die Zeit von der Idee bis zum fertigen Datenmodell. Das geschieht mit dem Konzept des Mindmapping. Was ist Mindmapping? Es ist ein Diagramm, mit dem man Wörter, Ideen oder Aufgaben präsentieren kann. Mindmapping wird verwendet für das Generieren von Ideen oder leistet Hilfestellung bei Entscheidungen. Farben, Bilder und Symbole lassen sich verwenden, um beim Mindmapping Daten besser darzustellen. OneMind nutzt das Konzept des Mindmapping zur Modellierung von mehrdimensionalen Datenbanken. OneMind modelliert ein Datenmodell in einer Mindmap und auf Knopfdruck werden Datenbanken und Testdaten erzeugt. Aber anhand eines kleinen Beispiels lässt sich OneMind viel besser verstehen. Wenn Sie ein neues Projekt anlegen wollen, können Sie ganz neu beginnen oder auf ein fachliches Template zurückgreifen, dessen Bearbeitung in deutscher oder englischer Sprache erfolgen kann. Hier wird eine vordefinierte Management-Erfolgsrechnung aufgerufen. Das Template beinhaltet bereits mehrere Dimensionen. Zum Beispiel eine Zeitdimension, eine Dimension für Produkte und ein Deckungsbeitragsschema mit berechneten Kennzahlen. Sie berechnen Ihre Kennzahlen anders? Kein Problem. Änderungen lassen sich sehr einfach durchführen. Ihnen fehlt eine Dimension? Auch kein Problem. Per Mausklick können Sie eine neue Dimension, hier Filialen, hinzufügen und mit Attributen versehen. Diese Attribute, hier im Beispiel Regionen und Bundesland, lassen sich dann, wiederum sehr einfach, in eine Hierarchie bringen. Die Regionen werden hierarchisch einem Bundesland zugeordnet und die Filialen einer Region. Unmittelbar nach den Bearbeitungen können Sie mit OneMind die multidimensionale Datenbank erstellen, die auch bereits Testdaten enthält. Unten links im Fenster können Sie anhand der Meldungen erkennen, dass dies erfolgreich geschehen ist. Wie Sie jetzt erkennen können, ist die neue Dimension Filialen sofort in der aktualisierten Datenbank enthalten. Die Zahlen zu den Filialen können also sofort in allen Berichten, hier in einer Excel-Pivot-Tabelle, entsprechend der Hierarchie eingesehen werden. Das soll als Demonstration für die komfortable Arbeit mit OneMind genügen. Größter Nutzen für Ihr Vorhaben sind Geschwindigkeit und Zeitersparnis. Die vor dem Aufbau der Datenbank notwendige Konzeptionsphase verkürzt sich, weil eine schnell verständliche Mindmap verwendet wird. Und nach dem eigentlichen Startschuss zum Aufbau des Datenmodells dauert es nur Minuten, bis alle am Projekt Beteiligten Ergebnisse sehen, erproben und beurteilen können. Denn die gemeinsam entwickelte Mindmap wird von OneMind in eine multidimensionale Datenbank überführt, ohne dass Sie auch nur eine Zeile Softwarecode schreiben müssen. Die Zeitersparnis ist enorm. Eine Business Intelligence-Applikation lässt sich in wenigen Minuten erstellen. Echtdaten können bereits jetzt analysiert werden. Im Vergleich zu einem Team, das in herkömmlicher Art und Weise vorgegangen ist, beschleunigt OneMind ein Projekt um den Faktor 100. Bei der Arbeit mit OneMind kommen Sie in vier Schritten zu einer fertigen Business Intelligence-Anwendung, die sofort produktiv eingesetzt werden kann. Es beginnt mit der Dimensionsmodellierung in einer Mindmap. OneMind übernimmt im zweiten Schritt die Konstruktion der Anwendung und erlaubt die einfache Änderung der Konstruktion in allen Dimensionen. Per Knopfdruck wird im dritten Schritt das grundlegende Datenschema erzeugt, sodass im vierten Schritt die Anwender bereits Berichte erstellen können. Sie wollen dieses Vorgehen ausprobieren? Interessierten Anwendern stellen wir kostenfrei eine Freeware-Version zur Verfügung. Registrieren Sie sich dazu unter pm1.de slash onemind.